Ja hallo hier ist der Andi aus Laatzen. Ich wollte euch heute mal meine Mopede kurz vorstellen. Es handelt sich hier um eine klassische Schwalbe, also eine KR 51 1 Baujahr 1972. Die habe ich ungefähr vor fünf Jahren erworben und habe sie selbst quasi aus einem Stück Altmetall und einem Schrottmotor wieder ein bisschen aufgehübscht, technisch in Ordnung gebracht und fahre seitdem immer mal wieder ein paar Kilometer im Sommer damit spazieren. Allerdings nur bei schönem Wetter. Ja ich hatte früher in meiner Jugend Simson Mopeds immer mal wieder. Ich hatte da einen Star und später eine S 51. Die Schwalbe selbst war ja zu DDR-Zeiten eher bei Jugendlichen verpönt. Das war so das alte Herrenfahrzeug bzw. das Fahrzeug unserer ABVs, also der Abschnittsbevollmächtigten. Heute gibt es sowas ja wieder als Kontaktbeamter im Wohngebiet. Aber die fahren natürlich nicht mit Schwalbe. Wobei wer weiß, vielleicht ja bald mit E-Schwalbe. Ja wie gesagt ist ein schönes Stück. Ich habe es in der Garage rumzustehen. Nun hatte ich in diesem Jahr meinen großen A-Führerschein gemacht mit knapp 50 Jahren. Ich habe mir jetzt noch eine kleine Kawasaki gekauft, die ich jetzt allerdings auch für die Schwalbe Winterfest habe und fahre aber ab Frühjahr, wenn alles klappt, eine BMW 850 GS. Ja weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin und auch bequem reisen möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.